Der Schutz unseres Klimas und unserer Umwelt ist das Thema, mit dem ich mich schon seit frühester Jugend beschäftigt habe. Ob als Gründerin von Greenpeace oder auch in der Cradle-to-Cradle-Bewegung. Was ich aber auch gelernt habe, ist, dass nur eine gesundheits- und umweltverträgliche Wirtschaftspolitik uns wirklich die Lösung bringen kann. Das hilft nämlich den Menschen, der Umwelt, dem Klima und auch den Stadtfinanzen.